In den Bildern findet hier jeder Welch-Liebhaber sein Traumpony. Sie werden unterteilt in verschiedene Sektionen, die von der Größe und dem Typ des jeweiligen Ponys abhängig sind. Und die jeweiligen Sektionen sollten jetzt einfach mal den Arm heben, damit unsere Gäste gleich so ein bisschen Bescheid wissen. Das Welch-Mountain-Pony oder auch Welch-A-Pony, das ist das kleinste, die kleinste Sektion der Welch-Ponys. Das sind die beiden, die hinten geführt werden, bis 1,22 Meter Stockmaß, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Ponys, die können ja fast alles. Und diese Ponys hier, die sind ausgebildet in Zirkus-Lektionen. Das ist der Fuchs-Wallach-Mombus Silence an der Hand von Ina Schmitz und der Palomino-Wallach-Cremissimo mit Corinna Häusler. Welch-Mountain-Ponys haben ihren Namen durch ihren ursprünglichen Einsatz als Gruppen-Ponys unter Tage. Das waren die einzigen, die aufrecht gehen konnten damals. Und Maschinen gab es noch nicht. War ein hartes Los, aber dafür wurden sie vor vielen hundert Jahren gezüchtet. Und aufgrund seiner geringen Größe, wie ein heute ideales Pony für kleinere Kinder und Anfänger und auch super beliebt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020